ja lang ist hier das letzte update meiner springspinnen seitdem cookie gestorben ist habe ich kein update mehr gemacht aber ich glaube es wird wieder mal zeit und es gibt nicht viel was ich erzählen kann deswegen lasse ich mir das fütterungsvideo auf euch wirken es sieht brösel geht sehr gut er hat noch eine heutung vor sich bevor adult ist hinten seht ihr so ein bisschen sein gespinst seine hängematte wo er nachts immer drin schläft ich möchte ein bisschen anfüttern damit er also ich ein bisschen schneller halten kann dafür kriegt er jetzt mal eine woche nichts mehr als ihr seht ihr schon ein kleines dickerchen aber lasst einfach das video auf euch wirken und ich werde in zukunft schauen dass ich wieder ein bisschen öfters update der kleinen springer mache so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.